Wer war das? Ich hab's leider nicht gesehen Wer es zugibt, kriegt keine Lootsperre Pflanzmocker stehe gleich direkt neben dir, ne? Mhm Zigeunerbill bitte laufen Da wigs Weiß mal den Zweiten im... Wer, wer, sag mal nochmal Nein Egal, jetzt ruhe Jo, beiß bitte nach Recount Gut Also kannst dir Tessa oder Silenced aussuchen, das ist mir egal Ja, der hat Zeit zu nehmen hier, wenn wir das besser machen Maxim ist gut, ja? Ja, ja Ich hab meinen Pulver bei Prof schon verschossen Aber Maxim ist gut, ja? Ich mach nur bei den wichtigen Bossen Schaden, weißte ja Bei gar keinem Ufo, bleib genau so, ich bin direkt hinter dir Nein Beiß mal als nächstes Laktion, bitte Hol, geh mal zu Blanzmocker Ja, ist mir cool Dann rechts Den würdest beißen Die Laktion Kommt schon, kommst du nach rechts? Ja, ich lauf mal zusammen Oh, ach, ist ja nicht okay Ja, ich muss ge... Ich bin bei dir. Bist du, Fug? Nein, 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 nein. Beiß mal den Demos, s*** dir nicht. Ja, Hammel rastet ja jetzt eh aus, mit seiner Phase da. Beiß mal Beiß mal nicht, halt nicht. So, Lidl, über den bei Prost bitte wieder. Okay. Nein, einfach nicht. Direkt natürlich. Kommt keine bisschen mehr, glaub ich. Ja, zusammenlaufen da. Und doch noch ein bisschen. Boah, ich lecker hart gerade. Ja. Ja, ich lecker, zoll. Ja, alles gut. Das seht ihr an den Flammen? Ja, ich hab's auch direkt gesehen. Ja. Heb mal bitte Seil. So. Ja. Ja. Ja.